Also hopp! Das war ne Hackershow! Hallo, ich bin da. Ich muss noch die Sicht ändern. Nein, Kleiner Affen! Hallo! Ja. Gott. Herzlich willkommen! Hi! Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bad Wars. Heute mit der Map. Höh. Studenten-WG. Höh. Höh. HALF STOPP! Studenten-WG. 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 Von Jack Slatter. Und Drei und Feier. Ich guck hier aus dem Fenster. Das ist so die Idee. Bei dieser Map gibt es eine schöne Besonderheit. Nämlich, dass man das Fenster, das Bett abbauen kann. Yeah. I show you. Hier, wie steht Bett. Da geht man rein, wenn man zum Bett will. Und man verwirrt Leute, wenn man die anderen Türen auch aufmacht. Und dann sieht man hier, oben ist das Bett. Und dann kommen wir von draußen da rein schlagen. Aber nicht rein krabbeln. Da passt man nicht durch. Nein, nein, nein. So habt's. Sehr gut. Du hast es auch demonstriert, dass man reinkommt. Ja, ich hab's aber nicht aufgefunden. Davon haben wir nicht gesprochen. Davon haben wir gerade nicht gesprochen. Davon haben wir gerade nicht gesprochen. Jetzt weinen bestimmt die Zuschauer. Jetzt heißt uns nie, wie der das macht. Immer wenn ich die neue Aufnahme starte, dann ist es immer erst mal ganz kurz laggy. Deswegen lasse ich sie mal eigentlich ausschauen. Außer es gäbe dann was. Zeig. Achso. Sollts sagen, was soll es denn geben? Einen Keks für dich oder was? Ja, außer es gäbe Keks. Ja, das wäre auch gut. Ich hätte nichts gegen Kekse. Mr. Shikkim. Ja komm. Weiß ob. Ich hätte auch lieber da hinbauen können. Ach, war doch lustig so. Ja. Jetzt habt ihr euch auch kaputt gelacht. Ja, aber euer Eisen. Ich habe eure Nase. Ich mache euch wirklich kaputt. Haben wir das ganze jetzt nochmal? Hallo. Hallo. Kommt ihr schon wieder? Komm. Bleibt nicht. Was? Oh. Yellow. Gold kommt. Yellow from the egg. Ja. Hilfe. Dieses Neuzi Yellow from the egg. Ah. Oh. Was macht der hier? Der. Als ob. Das war eine Hack-Show. Let's get to the Hack-Show. Oh, da kommt Blue. Oh, Blue, 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 Blue. Wenn ich jetzt gleich sterben sollte, dann bin ich für immer tot. Das wäre richtig scheiße, denn ich stink so gern nach Kot. Was soll ich denn jetzt machen? Ich hab gar keine Lust mehr. Okay. Ich werde mich töten, denn ich bin der Manuel. Manuel. Der schmutzige. Ah. Mann. Ist ihr sicher, dass es den Hieken gibt? Ja, Alter, guck dir. Wo ist er denn? Ja, ich... Gold. Gold. Den da. Wir waren das. Wir hatten mich da. Ja, ja. Loki, Loki. Ich, ich, Loki. Ja, jetzt. Ja, blöd wird's ja merken. Ich mein, der ist rein ins Haus und sofort war das Bett weg. Das geht gar nicht. Jetzt gucken die nach unserem Bett oder was? Der schlägt erstmal einen Villager auf. Der hat einfach jeden Mob als feindlich angezeigt. Ja. Guck, jetzt macht er die. Ein Schicht. Ja. Als ob. Ein Towerfeuer. Das ist ja wie unsere Gegner beim Paintball. Ich hab ihm mal reportet nebenbei. Oh Mann, solche Mongos. Das gibt's doch nicht. Tja. Ja. Sehr gemerkt. Guck mal, deswegen sind das hier auch so viele gerade Wege, ne? Der wird einfach... Ja, genau. No Knockback auch noch. Nein. Das hab ich jetzt nicht gesehen. Aber der andere hat richtig gut geschossen, ne? Wenn der da so lang blitzt. Hm. Ist so. Hat er recht. Hm. Vielleicht bringt's was, wenn er reportet. Oh, wir sind in derselben Ecke, Robert. Haben wir denselben? Eier. Ja, auch vor allem. Er gibt's einfach zu. Hm. Das ist sowieso so. Stopp. Na ihr doch auch. Geht doch, macht das doch heutzutage. Hihi. So ist Sebastian, melde ihn. Oh, ich bin in Sebastian drin, das wollte ich nicht. Äh, blau. Ich bin mit Bogen auf Dauerfeuer. Hahaha. Wie geil, ey. Ja stimmt, dann war's ja vorhin auch einfach. Alter, er geht nicht mal hoch, er braucht die Betten von unten ab. Oh man, das gibt's doch nicht. Hahaha. Ja, da hast du viel von. Naja. Was macht der denn? Ich denke, er wird jetzt verprügelt, wenn er sich da reinbaut. Wie schlecht ist der? Der Lucky ist da. Hahaha. Oh man, ey. Okay. Kann er ihn so nicht treffen? Hat sie sich deswegen jetzt hochgebaut, ein Block? Der Rotorne? Weißt du, das ist blöde Position für ihn. Ja. Oh ja. Oh 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 oh. Teufelskoch, alter. Du hackst doch auch. schreibt nicht ja klar naja dafür sei es ganz schön gegen hacker gewinnt ist so ist das ja nicht jetzt mal hier sich auf das bett zu bauen von der seite da kommt er doch aber soviel hätte man müssen nicht gleich hinterher kommen ja nun geh doch hier drüben hin das bett ist doch an der seite offen juckt die nicht mir fällt jetzt erst mal auf beim spectaten das auf der anderen seite ja so ein prank bett ist aus wolle jetzt hat er das gesehen jetzt war da wieder dauerfeuer oder was das ist so dumm warum hat er sich nicht geholt er kommt er kommt er kommt das ist dumm warte jetzt bis einer hochklettert und dann will er runterschlagen oder was das bett hätte auf jeden fall locker haben als ob wir jetzt noch weg hatte der typ oder ist einfach runtergelaufen er hat bestimmt doch ein kleines bisschen hat er irgendwie muss ein bogen gar nicht spannen als schatz sich jetzt in ruhe das bett zu holen er kann doch von hier außen gar nichts großartig machen der macht ich kann das spiel nicht irgendwie eine unspannende hacker folge er ersetzt die aber auch ja das ist auch nicht normal ne was macht er denn warum schlägt er denn er hat er einmal getroffen unsiebbar er hat doch nicht gewonnen er hat gegen hacker gewinnen ist so easy er hat doch gar nicht gewonnen ja doch man aber vielleicht weil er meinte dass er selber einer ist also gleichzeitig klar das wird gewesen sein ja das ist die zweite folge hacker show wir verabschieden uns bis zum nächsten mal tschüss ihr kleinen Affen tschau Mistiges Miststück kann da bleiben wo der Pfeffer wächst